Zwei Wochen nach der Verfügbarkeit als Option ist das neue Design von ComputerBase jetzt für alle Leser aktiv. Die vorerstfinale Fassung hat zahlreiche Anpassungen auf Wunsch der Community erhalten. Das neue Design ist klar strukturiert, modern und offen. Auf vielfachem Wunsch ist der Hintergrund allerdings nicht mehr weiß, sondern grau. Die neue Startseite zeigt sich im bekannten Layout. Der grundlegende Aufbau der Seite und die Navigation sind unverändert geblieben. Die zwei Teaser am Kopf der Seite können in Zukunft allerdings jede Art Inhalt in den Vordergrund stellen. Nicht mehr nur Tests. Darunter finden sich weitere Inhalte der letzten Tage. Videos, Schwerpunktthemen und Leserartikel sind optisch besonders hervorgehoben. News & Tests sind auf der neuen Startseite nicht mehr zwangsläufig nach Alter sortiert. Leser, die eine chronologische Liste bevorzugen, können diese Einstellung allerdings direkt auf der Startseite vornehmen. Auch das war ein Wunsch der Community. Im selben Menü findet sich auch der bekannte Umschalter für den Ticker-Modus der Startseite. Der vollständige Ticker ist ab sofort als erster Punkt im Hauptmenü zu finden. News & Tests steht im neuen Design die gesamte Breite der Seite zur Verfügung. Den Seitenstreifen mit einer Linkliste in News und den Platzhalter für das Inhaltsverzeichnis in Artikeln gibt es nicht mehr. Die Navigation in Inhalten mit mehreren Abschnitten erfolgt in Zukunft über die Inhaltsverzeichnisse an Kopf und Fuß der Seite. Bilder können im neuen Design wie die neuen Kernaussagen auch neben dem Text platziert werden. Texte und damit der Lesefluss werden seltener unterbrochen. Im Gegensatz zum Rest der Seite, die auf den Web-Font 4er setzt, kommt auf Standard-Displays in Fließtexten die Systemschrift Areal zum Einsatz. Auch längere Texte lassen sich so ermüdungsfrei lesen. Systeme mit hochauflösenden Bildschirmen erhalten auch an dieser Stelle 4er. Eine deutliche Überarbeitung hat das Download-Archiv erfahren. Es ist zweifelsohne übersichtlicher als im alten Design und bietet am Fuß der Übersichtsseite ab sofort einen Überblick über häufig benötigte Downloads nach der Neuinstallation. Wenig Überarbeitung hat das Forum erfahren. Der Austausch der Schriftart Verdana durch 4er wurde auf Wunsch der Community Forst wieder rückgängig gemacht. Nach wie vor ist es möglich, das Forum bildschirmpfüllend darzustellen. Der Umschalter findet sich im neuen Design am Ende der Seite. Geradezu enorm sind die Veränderungen auf dem Smartphone. Die alte, separate mobile Webseite wird vollständig ersetzt. Im neuen Design sind erstmals alle Funktionen auch auf dem Smartphone verfügbar. Dazu gehören der Ticker, Modus der Startseite oder das Hauptmenü. Auch Themenseiten und eine Übersicht aller Inhalte eines Autors sind erstmals mobil erreichbar. Ob Desktop-PC oder Smartphone macht keinen Unterschied mehr. Möglich macht das ein responsives Design. Unabhängig vom Endgerät basiert Computerbase in Zukunft immer auf demselben Code. Design, Layout und Bedienung werden lediglich an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Trotz der neuen Möglichkeiten ist der CSS-Code gegenüber dem alten Design nur geringfügig gewachsen. Der JavaScript-Code konnte sogar halbiert werden. Auch Nutzern von Tablets bietet das neue Design potenziell Vorteile. Nutzen muss ihn niemand. Wir bieten Lesern, die auch mobil die volle Desktop-PC-Ansicht nutzen wollen, diese Möglichkeit weiterhin an. Das Einstellungsmenü ist über den Fuß der Seite erreichbar. In Zukunft werden wir weitere Einstellungsmöglichkeiten anbieten, die noch mehr Individualisierung zulassen. Das neue Design soll erst der Anfang sein. Benest du mit dem Train zu 1 und 2 und 3 und 3 und 4衣 im 1 und 3. 3 2 3 5